Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Entschuldigung, ich hab's gehangen. Ach, Entschuldigung. Und wieder ein Eurobär. Ne, also wir sind im Tablet von Kotsmogo irgendwie, ich bin gerade heute nicht so gut genau und also bitte, ihr habt etwas Nachsicht, wenn das, ja, wenn ich jetzt nicht so ein bisschen bei der Sache bin und ein bisschen mecker, wird schon. Ich mache jetzt erstmal eine Kugel, außer da will jemand anders, nein gut, dann nenne ich die, ich bin in die Mitte, hab ich das Pferdchen schon genommen, war eigentlich keine gute Idee. Ich werde auch gleich die Seite wechseln, nein lieber Hunter, du brauchst gar nicht anfangen. Ja, komm ey, was, auch Blizzard, was ist denn das für eine Scheiße, guck sich doch mal die Reichweite, der schießt über die gesamte Karte hier. Also, das ist doch dämlich, was soll denn sowas, jetzt ist der da, oh, die haben zwei Stück, das wäre lächerlich, naja. So, brauchst, ne, du kannst doch ruhig machen, was du willst, komm her, komm. Heime einfach mal. Blö, ich komme nicht da runter. Ernsthaft. Oh, nicht langsam. So, wir sind auch was mit der Kugel. Ja, Kugel kann ich auch hier. Ernsthaft. Was hält der alles aus? Oh, das ist ein Blutdicker, aber fick dich doch einfach. Gott, wie behindert. Was ist denn da also? Ah, da ist ja noch ein Hunter dabei. Okay, gut, ich nehme alles zurück. Ich wusste nicht, dass der andere noch da ist. Gott, was ein Quatsch. Wo ist denn der, DK? Wo ist denn der? Ja, okay, doch, der hat Schaden gemacht. 5 Millionen geheilt. Alter Schwede. Der hat fast 5 Millionen geheilt. Nur, okay, mit Kugel macht er entsprechend mehr Damage, muss man halt dazu sagen. Hat er einen Kiel gehabt, dann macht er, glaube ich, nee, keinen Kill. Aber ich glaube, da macht er nämlich auch nochmal mehr. Äh, was ist das da? Das ist er auch gerade. Gibt es denn nicht? Egal, ich hole mir die blaue Kugel. Da holt sich dann wahrscheinlich die da. Da ist ein Ali, ein Hortler. Du brauchst gar nicht abhauen. Ich mach mal langsam. Die stunnen wir. Und töten dich. So, in die Mitte mit den Kugeln. Den kann man langsam machen. Na, doch nicht. Aber wir können den da kaputt machen. Selber heilen. Ist da was? Ja, da ist ein Hexer. Da gehen wir erstmal weg. Damit wir nicht in Reichweite sind. So, der kriegt was. Der Pally wird langsam gemacht. Den heilen wir mal. Freedom. So, der ist down. Der auch gleich. Ah, da ist die Bubble raus. Gut. Schade, wenn ich jetzt eine Kugel gehabt hätte, wäre die Kugel weg. Und zack. So, gleich mal looten. Da ist der Decay. Er wird langsam gemacht. Und er stirbt. So ist das prima. Chris gibt einen Stun. Hallo, Stun. Justicast Vengeance. Ah, okay. Ist ein Holy. Der ist nämlich erstmal immun. Wenn er verblassen anmacht. Ist, glaube ich, ein Talent, wenn ich mich nicht irre. Dann verfehlt mir einfach alles. Da will es wahrscheinlich vieren. Was sonst? Oh, oh, oh. Oh, oh, was mache ich denn da? Scheiße, falsche Richtung. Oh Gott, was mache ich denn da? Scheiße, ich habe... Was war denn das? Was hat mich denn ganz genau getötet? Hoffnungsstrahlen? Was war denn das? Das kenne ich gar nicht. Hey, die Strohsage. Was war denn das? Das kenne ich gar nicht. Was war denn das? Von wem ist denn das? Heilig Charles. Es muss so ein Priester gewesen sein. Ach du Scheiße. Neu, komm mal irgendwas. Neu, komm mal. 9,5 Millionen. 9,5 Millionen. 9,5 Millionen. 9,5 Millionen. 9,5 Millionen. Das ist übel. Du bleibst hier. In line. Okay, in dem zu. Und heil ich dich mal. 9,5 Millionen. Die Folge muss ich so nennen. 9,5 Millionen. Ich kenne das Ding gar nicht. Ich weiß ja, ob das Talent ist. Wenn ja, benutzt es wahrscheinlich keiner. Der wird sich gefreut haben. Ist auch okay. Ich würde mich auch tierisch drüber freuen. Du bleibst erstmal da. Langsam, langsam, langsam. Inline. Ähm, wieso? Kann ich gerade sagen, kann ich nicht disfüllen. Gut, das ist ein Holy Priest. Der wird so schnell wahrscheinlich insterben. Amas ist da nicht einfach, dass du nicht weiter heilst. Kannst du an Inline. Shield of Vengeance? Ja, komm bitte, bitte. Danke. Nein, 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 ah, nein, 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 nein. Knapp. Woo. Ui, das ist knapp. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich den nur klein kriege, aber es hat nicht so ganz gereicht. Was willst du denn hier? Was willst du denn? Hör mal, Freund, hier sind ein paar Leute, die aufpassen. Ist da noch was? Nein. Das nochmal selber heilen. Looten. Ah, danke. Ich wollte gerade sagen, es ist wieder ein Hunter, der über 300 Kilometer schießt. Wo gibt es Punkte zu holen? Da ist ein Hunter. Da ist, oh Gott, ein Blader. Was bläde. Propellerheiz. Oh, ernsthaft? Ich hasse sowas da hinten. Okay, den kann ich nicht rausholen. Den können wir mal heilen. Können alle mal heilen. Ich habe da eben Terriblex gelesen bei dem Worry. So, können wir den? Ne, kann ich nicht angreifen. Ist eine Kugel frei? Nein, oder? Ego? Ne, haben wir alle vier? Eins, zwei, drei. Ah, ne, da hinten ist... Doch, da ist die vierte, klar. Cool, wir haben alle vier. Wenn jetzt in die Mitte kommen würde, anstatt zu zerhagen, würde man eigentlich links gewinnen. Aber manchmal ist das so eine Sache, ne? Wow. Was hat denn der Demkorn reingedrückt? Nein, du bleibst hier. Nein, du bleibst hier. Nein, du bleibst hier. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss. In diesem Sinne, tschüss.